Herzlich Willkommen zur weiteren Aufnahme von City Division 2. Heute widmen wir uns der Panzerlehrdivision. Das ist eine Division die sich auf älteren Mittel des Panthers basiert. Ich glaube Panther D müsste es gewesen sein. Prototyp Wirbelwind Flaggpanzer. Davon hat man aber auch nur einen. Also du legst ihn auf C-Fall in der Seite 2. Ich habe davon jetzt noch ein K-Kai mitgenommen. Es lohnt sich nicht einer mitzunehmen. Wir spielen gegen Panzerlehrdivision. Wir spielen gegen Amis. Auch Panzerdüse. So, genau ich bin gegen die dritte Armored Spearhead, so. Ja, ich würde sagen, dass die 11 in der Mitte statt sind. Na gut. Ich würde sagen, dass man. Vielen Dank. 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 Perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was? 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 Die wird nachher reingemäht, wir haben da gar keine Chance. Die wird nachher reingemäht. Ich habe nur Panzer und keine Infanterie behalten. Ich habe keine Infanterie behalten, ich habe keine Infanterie behalten. Ich habe keine Infanterie behalten, ich habe keine Infanterie behalten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das war die Panzerlehrdivision, ich habe euch nicht gefallen, bis zum nächsten Mal, haut rein.